hallo und moin moin aus kiel mein name ist johannes rosenklenker vom stadtarchiv kiel das tolle an kiel ist wir haben hier das meer mitten in der stadt und mit dem meer haben wir ganz viele schiffe mitten in der stadt und das ist das was wir euch für coding davinci anbieten wollen wir haben für euch ein ganz tolles datenset zusammengestellt mit vielen vielen schiffs fotos aus dem fotoarchiv des stadtarchivs kiel das sind zum teil fotos aus dem 19 jahrhundert sind aber sehr sehr viele fotos aus der nachkriegszeit 50er jahre 60er jahre 70er jahre und es sind auch ein paar neuere fotos das jüngste foto ist von 2012 das tolle an diesem datenset ist für alle schiffe haben wir einen index mit dem schiffsnamen das heißt ihr könnt das schiff sofort in den metadaten eindeutig identifizieren wir schicken euch dazu metadaten im xml format und als csv datei mit denen ihr gerne weiter arbeiten könnt wir sind sehr gespannt was euch dazu einfällt und wir wünschen euch ganz ganz viel spaß mit vielen vielen schiffen aus dem stadtarchiv kiel und wir wünschen euch ganz viel spaß mit dem schiffen aus 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 dem schiffen aus